Heute mit Alexandra Kröber. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. In Katru ist heute der Hammer gefallen. Der Numerus Clausus für Medizin ist mit dem Grundrecht auf freie Ausbildungswahl nur bedingt vereinbar. Was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für Studienbewerber ändern wird und warum manche Hochschulen schon lange nichts von den exorbitanten Zulassungshürden bei Medizinstudien halten, unser Thema heute bei Nano. Zusammen mit diesen. Das ist schon irgendwie wahnwitzig. Wir haben in Deutschland einen ernsten Ärztemangel. Fakt. Fakt ist auch, Ärzte von morgen müssen mitunter länger auf einen Medizinstudienplatz warten, als sie studieren. Im schlimmsten Fall bis zu 15 Semester. Also im Vergleich, die Regelstudienzeit liegt bei 12 Semestern. Immer wieder wurde dagegen geklagt, jetzt stand der Numerus Clausus für Medizin endlich vor Gericht. Mit Teilerfolg. Klar, wer 1-0 im Abi hat, ist schlau, ist fleißig, aber nicht automatisch ein guter Arzt. An der Medizinischen Hochschule Brandenburg hat man schon ähnliche Eignungsgespräche, wie es sich die Verfassungsrichter wünschen. Hier sucht man nicht gute Schüler, sondern gute Ärzte. Die Brexit-Verhandlungen gehen in die zweite Phase. Was aber nicht heißt, dass die Probleme kleiner werden. Die echten Probleme fangen jetzt nämlich erst an. Und während auf politischer Ebene die Ringkämpfe ausgefochten werden, sind Forscher und Wissenschaftler weiterhin, wie auch schon im Vorfeld des Referendums, Zaungäste. Dabei ist der Brexit gerade für diese Zunft folgenschwer. Ja, ein sehr unheilvolles Szenario, das der Forschung dort bevorstehen könnte. Allerdings machen schon einige Wissenschaftsstandorte dagegen mobil. Jetzt erst recht. So wollen zum Beispiel die Berliner Universitäten ihre Bande mit der Uni Oxford noch enger knüpfen. Gemeinsame Vorhaben erarbeiten, neue Austauschprogramme für Studierende auflegen. Von der Bildung zur Einbildung, vermeintlichen Einbildung. Denn erfreulicherweise nimmt die Medizin zunehmend ein Leiden ernst, das lange als eingebildete Krankheit abgestempelt wurde. In Hamburg und München stellt man sich der Aufgabe und hat vielleicht so was wie das Ei des Kolumbus gefunden. Niemand weiß, woher sie plötzlich kommt und wie viele es von ihr gibt. Nur, dass sie das Potenzial hat, sich rasend schnell zu vermehren und großen Hunger mitbringt. Und, dass die ostafrikanische Riesenschnecke auf der Liste der 100 schädlichsten invasiven Arten steht. Damit steht Kuba jetzt vor einem großen Problem, denn es fürchtet um seine Ernten auf den Feldern und darum, dass sie Krankheiten wie etwa einen Erreger der Meningitis überträgt. Eingeschleppte, invasive Arten, sowas kennen wir auch. Zum Beispiel die pazifische Auster, die natürlicherweise nur vor der Küste Japans vorkommt, sich bei uns in der Nordsee aber pudelwohl fühlt. Während die europäische Auster im Gegensatz zu ihrer japanischen Schwester in der Nordsee seit Jahrzehnten fast ausgestorben ist. Gestatten, das ist... Bei uns brauchen Sie kein Los, um alle Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaften zu sehen. Schalten Sie doch einfach morgen wieder ein. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.